ja tach willkommen im 3länder enduro ich nehme euch jetzt mal mit auf zwei trails viel spaß beim zuschauen ja tach willkommen in naudas 3länder enduro da ist gerade ein fahrradkurs da macht meine freundin mit ich habe jetzt meine dame abgegeben bei dem bikekurs sie wollte unbedingt nicht mit dem gelebo fahren also habe ich meine duro geliehen weil ich so ein cooler typ bin also gibt es ja mit dem ebike weiß bescheid der flow trail übrigens so 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 ok hier nächster abschnitt der macht echt spaß oi tüggers Das war's. Das war's. Das war's. Nächster Abschnitt. Oh, das macht irgendwie echt Spaß, dieser Flowtrailer. Oh, das war's. 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 Oh. 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 mach mal locker oh Junge oh was ist denn das jetzt hier? oberer Schönebentrail jawohl auf und rein oh Junge oh 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 weiter geht's oh oh jetzt wird das so krass staubig verrückt haha vorteil e-bike oberer eng oh 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 okay oh 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 viel zu langsam die sind die die Untertitelung des ZDF, 2020 Alles fit? Viel Spaß noch!